Jürgen, komm! Steh! Was hast du aber verstanden? Ich war mal so, wie du es dir vorgesagt hast. Da wo du nicht die Antworten fragen. Dann teile ich die Antworten falsch. Er probiert sich zu dir oben, kann es nur ein, 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 ein. Weck mal. Tollens! Sucki! Sucki! Deswegen wollen Sie fragen, wie ich noch mal sagen. Sucki!